Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Patricia. Ich bin Parfumliebhaberin, Parfumcoach und ich teile hier auf diesem Kanal meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen, meine Wahrnehmung zu verschiedenen Parfums, zu verschiedenen Düften. Und insbesondere beschäftige ich mich mit der Frage, wie dürfte auf uns wirken. Und heute beschäftige ich mich mit der Frage, welche Bedeutung hat der Name eines Parfums? Ist der Name eines Parfums wichtig? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Als Vorgeschichte, ich habe ja vor einigen Monaten mich sehr mit Tuberose-Parfums beschäftigt, mit der Duftnote Tuberose und habe da auch einen Beitrag in meinem Weblog geschrieben, wo ich zwei Tuberose-Düfte für eine Hochzeit vorstelle, eine Creme-Weiß-Rosa-Hochzeit im Mai. Und im Zuge dieser Recherche bin ich natürlich unweigerlich auf das Parfum Heartless Helen von Penhaligens, Penhaligens der englischen Parfummanufaktur gestoßen, Parfumlabel. Und ich habe diesen Duft getestet in einer Parfümerie, also vor Ort. Ich habe gemerkt, dass dieser Duft sehr gut ist, sehr aufregend, sehr interessant. Aber ich habe mich von diesem Namen abstoßen lassen. Heartless Helen, die herzlose Helen. Und es war einfach wirklich so, ich wollte einfach nicht, dass mir dieser Duft gefällt. Und weil ich dachte, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch gar nicht so viel gedacht oder vielleicht doch sehr viel, weil ich dachte, ich will nicht, dass mir ein Duft gefällt, der herzlos ist. Und ich habe diesen Duft beiseite gelegt, obwohl er mir vorgeschlagen wurde von der wunderbaren Verkäuferin in der Parfümerie Maison Coloredo in Salzburg. Und ich habe einfach gesagt, nein, dieser Name geht nicht, geht für mich nicht. Vor zwei Wochen, circa, kam eine Freundin auf mich zu, hat mir geschrieben, sie habe einen Duft für sich entdeckt. Zufällig in der Stadt ist sie auf einen Duft gestoßen, der sie dermaßen umhüllt und ihr eine fast umhüllende Schönheit verleiht, dass sie sich regelrecht in diesen Duft verliebt hat. Und sie wird oder hat diesen Duft jetzt auf ihre Weihnachtswunschliste gesetzt. Sie möchte diesen Duft unbedingt haben. Das ist ihr neuer Duft, das ist ihr neuer Schwarm. Und dann sagte sie, es ist Penhaligans Helen. Sie sagte Penhaligans Helen. Sie sagte nicht Penhaligans Heartless Helen. Okay, das ist Grund oder das ist der Grund, warum ich heute über Parfum-Namen spreche. Weil ich mir natürlich auch dachte, sie lasst das Wort einfach weg. Entweder sie hat es nicht wahrgenommen oder es ist ihr nicht wichtig. Auf jeden Fall hat sie es weggelassen. Und dann dachte ich mir, aha, das kann man auch. Wie wichtig ist jetzt ein Duft? Wie wichtig sind, wie wichtig ist ein Duft? Wie wichtig ist der Name eines Duftes? Welche Bedeutung hat der Name eines Duftes? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ist der Name wichtig? Und meine Antwort ist ja und nein. Denn grundsätzlich ist es so, dass alles die Bedeutung hat, die Du ergibst. Das war jetzt grammatikalisch nicht ganz richtig. Alles erhält von Dir die Bedeutung, die Du einem Ding, einer Sache, einer Situation gibst. Das heißt, egal, ob Dich ein Name besonders anzieht oder ob Dich ein Name eines Duftes besonders abstößt, in beiden Fällen gibst Du diesem Namen eine Bedeutung. Wenn Dich ein Name überhaupt nicht berührt, Du einem Namen völlig neutral gegenüberstehst und Dir einfach der Duft gefällt, dann hat der Name vielleicht auch keine Bedeutung für Dich. Wenn er aber eine Bedeutung hat, dann, und davon bin ich überzeugt, dann hält dieser Duft auch eine Botschaft für Dich bereit. Wenn Dich ein Name besonders anzieht und wenn Dir der Duft sehr gut gefällt, dann ist diese Kombination aus Name und Duft vielleicht ein Wunsch, den Du ganz tief innen trägst. Etwas, wonach Du Dich sehnst. Ich denke da bei mir jetzt zum Beispiel an Rennes de Coeur von Fragonard. Das ist der Duft, den ich im letzten Video auch erwähnt habe, aus Gras. Rennes de Coeur ist die Königin der Herzen oder die Herzenskönigin. Und dieser Name jetzt in diesem Moment zieht mich sehr an. Den fand ich sehr schön und ich glaube, also ich finde den Duft auch schön. Ich habe ja das letzte Mal darüber gesprochen in dem Video über Gras. Aber es war auch der Name, den ich sehr anziehend fand. Und ich denke, das hängt auch schon damit zusammen, dass mein eigenes Herz manchmal ein bisschen verschlossen ist. Und ich mir das vielleicht insgeheim wünsche, eine Königin der Herzen zu sein. Umgekehrt, wenn Dich ein Name eines Parfums extrem abstößt. Und zwar so abstößt, dass Du Dich komplett verschließt, auch vor dem Duft, dass Du den Duft gar nicht an Dich ranlässt. Oder noch extremer, dass Du andere, die diesen Duft kaufen und tragen, verurteilst. Dann ist das vielleicht ein Thema, mit dem Du noch nicht im Reinen bist. Und es ist vielleicht einfach eine Einladung, Dich mit diesem Thema, ich möchte jetzt gar nicht sagen, auseinanderzusetzen, sondern einfach es zu integrieren, es anzuschauen, es zu integrieren und zu heilen vielleicht. Was heißt das? Heißt das, wir müssen jetzt nicht nur die Düfte, die uns gefallen, kaufen, sondern auch die Düfte, die uns abstoßen, deren Namen wir nicht sehr attraktiv finden. Nein, das heißt es nicht, das will ich nicht damit sagen. Aber vielleicht ist das eine Einladung, sich diesem Thema mal zu widmen, wenn es wirklich eine ganz große Abneigung ist. Und ich spreche hier ganz bewusst nicht von eindeutig provokativen Namen, mit Fäkalausdrücken oder sexuellen Anspielungen. Davon spreche ich nicht, denn ich bin davon überzeugt, dass Provokation nie mit einer liebevollen Absicht kommt. Diese Düfte ignoriere ich tatsächlich. Ich spreche jetzt von Namen wie Heartless Helen oder Poisson. Poisson, so glaube ich heißt es, das Gift. Oder Opium oder Ähnliches. Und da, wenn dich so etwas abstößt, dann ist es vielleicht eine Botschaft für dich. Und umgekehrt, wenn dich ein Name besonders anspricht, ist es auch eine Botschaft für dich. Was heißt das jetzt? Das heißt auf die Frage, ist der Name eines Parfums wichtig, möchte ich ein ganz klares Ja sagen. Es ist aber nicht wichtig in einem moralischen Sinne. Es ist nicht wie ein Gebot. Wenn ein Name so und so ist, dann darf ich einen Duft nicht mögen und nicht kaufen. Ganz und gar nicht. Es ist nur eine Erinnerung, eine Einladung oder ein Hinweis darauf, dass Namen auch eine Verstärkung eines Duftes sind und dass Namen auch eine Schwingung haben. Und in den meisten Fällen, das möchte ich jetzt wirklich auch sagen, in den meisten Fällen passt der Name sehr gut zum Duft. Die Namen werden in der Parfumindustrie schon sehr bewusst ausgewählt. Und meistens passt der Name sehr gut. Und wenn er das nicht tut oder wenn du einen Duft zu Hause hast, der dir gefällt, aber dessen Name du nicht magst oder dessen Name du vielleicht nicht mal aussprechen willst oder der dir peinlich ist und du den Duft aber trotzdem behalten möchtest, dann darfst du dich auch fragen, was ist es, was mir dieser Duft gibt? Und umgekehrt, wenn du sagst, so toll ist der Duft auch wieder nicht, dann ist es vielleicht auch einfach Zeit, dir einen neuen Duft zu suchen. Ja? Und heute beende ich dieses Video einmal, um keine 30 Minuten zu sprechen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass hinter Heartless Helen eine Botschaft auf mich wartet. Und ich habe mir tatsächlich bereits eine Abfüllung bestellt. Die kommt bald und ich werde mich mit diesem Duft beschäftigen. Denn vielleicht ist es genau für mich ganz persönlich einfach die Aufforderung, dieser Helen ein Herz zu geben, indem ich mir selbst ein Herz gebe. Das ist vielleicht die Botschaft für mich. Ich freue mich darauf, Heartless Helen zu testen. Erzähl mir, erzähl mir, erzähl mir, welchen Duft gibst du jetzt vielleicht eine Chance? Also Fazit, Namen sind wichtig. Namen haben eine Schwingung. Und der Name eines Duftes, der Name eines Parfums verstärkt den Duft. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber meiner Erfahrung nach passen die meisten Namen sehr gut. Alles Liebe, alles Schöne, alles Reiche und viel Freude mit deinen Düften und den Namen, die sie tragen und den Geschichten, die sie erzählen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.